Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum Eurofishing. Mit am Start ist der Toni, der schon die Routen im Wasser zu hängen hat. Vollzeit. So, alles klar. Der fängt schon an. Für alle, die den letzten See gesehen haben. Toter See. Dummes Gequatsche. Da haben wir wirklich nichts gefangen. Und jetzt wollen wir... Ja, mal schauen, ob wir es besser machen. So, okay. Ich baue mein Lager auf. Und wir gehen natürlich wieder, weil wir noch nicht so weit gekommen sind, wieder auf ganz normal Schlamm. Und haben natürlich die größten, ne, die kleinsten Haken am Start, die es eigentlich gibt. Aber es macht nichts. So. Wir probieren trotzdem. Dieses Mal wollen wir ein bisschen was fangen. No, raus. Die Dinger. Toni hat natürlich jetzt den taktischen Vorteil von... Weil er natürlich schon vorher die Routen im Wasser hat. Ich schmeiße die raus wie ein Held und ziehe die hin. Ach, herrlich, ey. Herrlich. So, das Ene-Schwein muss ich da hinten rüberjacken. Aber wenn Toni so ruhig ist, ja, dann wisst ihr genau... Oh, der, der gibt sich jetzt Mühe. Der gibt's ja... Der will jetzt endlich mal gewinnen. Geh in den großartigen Maximus. Du bist schon der großartige Maximus, ja, ja. Ach, das lass ich jetzt so. So. Einen Köder genommen. Ich hab ganz normal... Oh, 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 oh. Ich hab ganz normal... Nimm doch mal das Schwein. Ganz normal das Ding wieder genommen. Äh, was ich das letzte Mal genommen habe. Also Standard-Dings. Ach. Ich hab ihn an der Angel... Einfach... Hier hat der Fischer auf jeden Fall was reingesetzt. Mal sehen, was für eine hässliche Lumpi-Fische ich wieder kriege hier. Komm her, jetzt hier. Komm her. Na, na. Ja, und damit hab ich... Oh, 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 oh. Ein riesen Rot-Oge. Riesen Fische, oder? Herrlich. Das gibt auf jeden Fall wieder Erfahrungspunkte. So. Der hat mir sowieso nicht gefallen hier, die Angel. Dass ich da hingeschmissen habe. Ich muss die weiter hier hinschmeißen. Da hatte ich eigentlich auch mal einen guten Erfolg gehabt. Man sollte immer zu den... Oh, schön das Ding. Ey, du bist in meinem Gebiet. Findest du das in Ordnung? Ja, ja. Man sollte immer da ein bisschen fischen, wo man gute Erfahrungen hatte. Ey, bist du hier bei mir vorne drüben? Nein. Hau ab! Ja, ja, ich bin weg. Das Gute ist ja... Man kann hier wirklich einen guten Fisch erlangen und mit Ehen... Oh, oh, bei dir hast du gesehen, wie er ruhig gesprungen ist? Da könnte man auf jeden Fall... Ja. Da könnte er mich ganz schnell übertrumpfen, ja. Ich bin so nicht glücklich mit der Eins und mit der Zwei bin ich überhaupt nicht glücklich. Ich glaube, die Zwei werde ich mal woanders hinpacken. Ey, bei dir springen die rum, ey. Hast du was an der Angel? Nein. Wollte schon sagen. So, mal die Zwei. Oh Gott. Was denn? Oh Gott. Bei dir blinkt das. Ich sehe das. Oh, ich bin jetzt... Jetzt bin ich gespannt, was er dran hat, ey. Weiß ich nicht. Warte, kommst du her, du Fisch. Hast du ihn? Nein. So. So. Weil da hast du ihn immer noch nicht drin, ey. Jetzt. Alter. Scheiße. Was hast du denn... Du hast... Du hast einen größeren, äh, Haken, ne? Nein. Äh, einen kleineren. Ne, einen größeren, ne? Na klar. Nein. Was hast du denn für einen Haken? Nur den normalen. Warte mal. Ich nehme mal die Eins. Gucke mal an. Wie, wie, wie kann ich ihn da nochmal angucken, die Scheiße? Ach so, der muss ja erstmal die Angel draußen sein, ne? Nee, der muss drin sein. Ne. Warte mal, ich habe hier... Problem ist, dass der nicht, äh, den Maus so richtig erkennen will. Äh, ein Zwölfer. Du hast doch, du hast doch das letzte Mal schon, äh, ein Zehner gehabt. Nein. Na klar. Nein. Nein. Ah, nee. Oh, oh, mein Angel geht. Oh. So. Aber jetzt wollen wir mal gucken, ob das was bringt. Oh, ich schmeiß sie immer zu hoch, Junge. Da fliegt bestimmt mal ein ganzer Dreck im Ab. Ich probiere es trotzdem mal so, hier. Jetzt bin ich gespannt, ob die Eins, was kommt, ey. Ah, ja. Aber irgendwie, heute läuft es auch nicht hier so dolle, ne? Ey, willst du noch das erste Video? Da habe ich ja wirklich... Da ging die ganze Zeit nur... Oh, 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 oh. Die Eins, die Eins, die Eins, die habe ich gerade rausgeschmissen. Oh, oh, der ist schwer, der ist schwer. Komm her, du kleiner Drecksack. Oh, komm her. Gerade rausgeschmissen. Tony, was hast du ver... Du hast Zehner, ne? Haken, ne? Nein. Na klar hast du Zehner-Haken. Nein. Was hast du? Guck dir jetzt, was für einen Haken du hast. Oh, der ist ja... Zwölfer. Zwölfer, naja, gut. Ey, Alter, der reißt mir gleich die... Der reißt mir die Sehne gleich kaputt. Meine Fresse, du Hund, du. Oh, oh, oh. Alter, der ist aber auch ganz schön derbe dran, ey. Und dann holst du das Vieh raus und dann siehst du wieder so einen lachenden Katzenfisch, Junge. Alter, ja. Hast du raus? Nee, immer noch nicht. Ich kämpfe. So, 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 so. Jetzt, jetzt. Der scheint schon ein bisschen größer zu sein. Und, und, und. Oh, Alter. Leck mich am Arsch. Das größte Vieh, was ich bis jetzt hatte. Ein Karpfen. 5,14 Kilo. Boah, Alter. Richtig geiles Vieh, Junge. Sag ich dir. Und. Das nächste Ding. Das nächste Ding. Das nächste Ding. Äh, äh, 222. Wo ist die 2? Alter, jetzt werden sie wieder wach, die kleinen Schlumpfleute. Alter. Alter, die nächste Angel. Alter, das hat er, hat er, ist abgerissen, wieder bei der andere Angel. Ah, guck, guck, guck mal an. Der hat 5,1 Punkte hat dieser, dieser, äh, also kannst du nach den Gewichten, kannst du wahrscheinlich denn gehen. Ungefähr, weißt du? Hm. So. Oh ja, ja, hier, so ein hässlicher Brauner. Naja, bringt nicht viel. Aber der Karpfen war herrlich. 1,9 Kilo hat der aber gewogen. Schönes Ding. So. Toni, was los? Hm. Still ruht der See. Wie hast du die Bremse eingestellt? Welche Bremse? Na, die, wo du ja die Zahl drin hast, da auf der rechten, äh, linken Seite. 20. Ja. Jo. Alter, ich hab den gerade rausgeschmissen! Und da ist das nächste Vieh dran, ne? Ey, seid ihr nicht, seid ihr behindert? Mit dir eigentlich nicht mehr, ey. Ey, wer das? Oh nee, durchhalten. Du musst halt ne richtig schöne Angelrute haben, weißt du? Ich hab ne schöne Rute. Oh, komm mal her. So, ja. Der Fisch hab ich... Oh, wieder ein größerer. Jetzt mal schnell machen. 2 Kilo. Jetzt muss ich die 3 nehmen. Die 3, die 3, die 3. Da ist nämlich auch wieder ein Fisch dran. Also, wenn du jetzt das Spiel abscheißt... Halte durch. Sturz ab. Sturz ab. Du, Toni, ja. Aber dann, äh, verzweifle ich auch. Wenn der jetzt wirklich abkacken würde, der Rechner. Hat der mich so viel Geld investiert habe. Aber ich glaube, den anderen Fisch, den werde ich heute nicht mehr kriegen, ey. Äh, den 5 Kilo Fisch. So, 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 so. Oh, drinne ist er. Ach, was ist denn das für ein Vieh? Den hab ich auch noch nie gesehen. Ja, schreib mal rein, was für ein Fisch das ist. Ein Tench. Ach doch, ein Tench hatte ich schon mal. 1 Kilo? Der sieht aber schwerer aus. So. Jetzt aber. Jetzt will nämlich Toni da hinschmeißen, wo ich ihn hinschmeiße. Aber es geht auch dran, man muss sich auch mit dem Fischen verständigen können. Oh, 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 oh. Was? Weiß ich nicht. Hast du einen Fisch dran? Nein. Hättest du die Angel immer, äh, äh, in der Hand? Ehne? Die Angel immer in der Hand, ja. Hä, äh, äh, kleiner Schlepphonen. Hä, 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 hä. Ey, ich kann sie auf jeden Fall richtig hochschmeißen, immer. Oh, süß. Also, ich mach immer diese komischen, äh, die Standardsachen immer ran, aber auf der 1, wo ich vorhin den großen Fisch gefangen habe, war es der große? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hab ich, äh, äh, Würmer ran gemacht. Die roten. Nein. Oh. Abgerissen. Geh recht. Oh, jetzt hängt das Spiel. Mein Spiel hängt. Wir müssen die Aufnahme neu machen. Ja, ja, ich, ich, ich glaube, ich werde hier gleich mal. Oh, und ich stehe so weit draußen. Oh, Mann, ihr seid die Falte angenommen. Er durfte auch nicht zu weit weg stehen. Und die 3 hat auch schon wieder einen Fisch. Ey, du hast doch jetzt gerade einen Fisch gefangen, wo einmal. Nö. Das sehe ich doch, Mann. Du hast doch jetzt mehr Punkte. Welche von dir hat er klaut? Ja, aus dem Eimer er klaut. Oh, oh, jetzt aber, jetzt habe ich richtig Bock, Alter. Oh, ja, sie, scheiß Eier. Komm jetzt her, Junge. Ich durfte nur mit 2 angeln, angeln, glaube ich. Na, komm. So. Oh. Leckt mich am Arsch. Wieder ein Riesenfisch, Alter. 5,2 Kilo. Bam. Wieder ein fetter Karpfen, ey. Das findest du nur toll, Alter. Ey, das find ich sowas von Hammer. So, äh, äh. Du musst Würmer nehmen. Rote Würmer. Riecht gleich mal. Du hast ja... Was hast du hier gekauft? Mais. Wieso? Naja, Mais geht aber, äh, Karpfen hoch, glaube ich. Boah, ich werde jetzt hier hinten auf der Angel auch noch einen Wohm draufsetzen, Alter. Kannst du wissen. Ne, hier lasse ich das Ding. Ne, ne, ne. Ich lasse das da. Ach, der ist ein Kleiner hier. Der hat ja keine Kraft hier, der Lutscher hier. Komm her. Jetzt her jetzt hier. Was haben wir denn hier? Kennst du schon... Ach, Gottchen. Wieder so ein kleines Rotoge. Noch nicht mal ein Kilo. Ach, da haben wir uns sonst immer gefreut, ne, über so ein Vieh. Nicht wieder du. So. Hol jetzt. Die letzten vier Minuten hier noch. Bin ich noch einen richtigen großen Wallfisch haben. Ah, nein. Ah, fuck hell. Ah, nein. Ich will ihn da hinten haben. Ach, Mann. Ihr kriegt das nicht hin, Mann. Die Zeit läuft. Weil mit einem Zehner kann ich dann noch größere Fische holen. Ach, jetzt leck mich doch am Arsch, Junge. Das Spiel mag mich nicht mehr. So. Was habe ich denn jetzt? Die Eins habe ich jetzt. So. Oh, jetzt ist schon wieder was dran, ne. Möchtig leid. Oh, abgerissen. So. Jetzt habe ich alles auf Wurm gemacht. Bei dir blinkt es doch auch schon wieder. Ah, hast du jetzt schön den Fisch angeguckt, ne? Toni. Hast du Fisch angeguckt? Hast du Ruhe. Hast du Ruhe. Ha, 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 ha. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, dass ich nur Würmchen dran habe. Oh, ich glaube, ich habe den Fisch angeguckt, weil hier sind schon wieder olle Viecher dran, ne? Vor allem auf der Zwei und auf der Drei. Oh, scheiße. Oh, komm. Oh, der spielt verrückt, der spielt verrückt. Was, 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 was ist denn jetzt? Ich will die Drei haben. Drück mal den falschen Knopf. Die Zwei ist immer so behindert. Da reißt immer der Köder immer so schnell ab. Gehst du eigentlich auf Mais oder gehst du auf das andere Zeug? Verrate ich dir nicht. Ich verrate nicht meine Technik. Ja, bei mir ist das Problem. Bei mir siehst du es ja. Oh, komm, komm. Ja, und, 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 und. Oh, wieder ein Karpfen, aber nicht so ein großer. Er wird bestimmt zweieinhalb Kilo wiegen. Bloß. Oh. 2,4 Kilo, bin ich doch gut. So, jetzt die 1. Die 1, 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 die 1. Oh, ein Gestrüpp, Alter. Oh, komm, 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 komm. Ich will die 20 Punkte jetzt schaffen. Komm her, komm her. Ja. Ja, rotoge. Ah, die 20 Punkte habe ich geschafft. Oh, und. Ach, was habe ich jetzt für eine Scheiße gemacht hier. So, jetzt nehmen wir die 2 nochmal. Und. Wir haben es gleich geschafft. Ey, es fängt jetzt an zu regnen. Das hatten wir noch nie gehabt, oder? Nee. Hatten wir noch nie. Babam. Geile Sache, ey. Nee, scheiße. Ja, das war Matchfishing. Und dieses Mal ging es richtig rund. Erst den Arsch, dann den Mund. Jedenfalls haben wir es geschafft, hier ordentliche Fische am Start zu holen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr mehr davon sehen wollt, beim nächsten Video. Also, fangen die an zu heulen. Sagt einfach mal unten Hashtag Tony mach weiter Fischen. Nein, Tony mach keinem Fischen weiter. Doch, sagt mal und dann macht Tony weiter mit Fischen, ja? Also, bewegt euren Arsch, schreibt einfach Hashtag Tony, wir wollen Tony, so machen wir es. Wir wollen Tony. Und dann werden wir weiter Fischen. Und ja, das nächste werde ich mir auf jeden Fall einen richtig ordentlich dicken, fetten Haken holen. Mit den Worten, machen wir bene einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wir wollen den Tony sehen. Ey, so ein Dreckspiel, ey.